Was ich eigentlich am allerliebsten mache, ist eigentlich für mich das Waldtauchen. Ich nenne das extra Waldtauchen, das heisst ja eigentlich Waldbaden und kommt eigentlich aus dem japanischen, die sagen dann, das ist Shirin Yoku. Es gibt ja so japanische Wissenschaftler, die haben das schon sehr gut erforscht, dass halt unglaublich viele Bäume, die sind in dem Wald, die atmen eigentlich ein und aus und alles, was da im Wald in der Luft ist, ist unglaublich gesund für uns. Wir gehen in den Wald und der Blutdruck senkt sich innerhalb von kürzester Zeit. Das ist wissenschaftlich erwiesen, ich sage es immer wieder, das ist ja das Spannende. Es gibt noch etwas über der Wissenschaft und das ist die geistige Verbindung und das Verständnis, dass es Übersinnliches gibt. Ich sage gerne, die Wald und die Wiese sind Apotheke Gottes. Da hat es eigentlich alles, was uns heilt. Und auch nur schon in der Nähe eines Baumes zu sein, ist heilend. Bäume umarmen, ist heilend. Und das tut einfach gut. Ich habe zum Beispiel die Angelegenheit, gerade speziell bei Eichen, immer vor allem das Herz auf die Eiche zu legen. Und das tut meinem Herz einfach gut. Das bringt mich in die Ruhe. Die Eiche ist eigentlich der Baum, das ist wirklich die unglaubliche Urkraft. Dieser Baum kann 1500 Jahre alt werden. Und es ist auch ein unglaublicher Heilbaum. Man kann Mehl machen aus den Eichelnüssen. Kaffeeersatz kann man machen. Und die Blätter kann man gut aus Tee. Die Rinde zum Beispiel ist extrem heilend für den Körper. Und das findet man alles im Wald. Und so hat die Esche, die Eiche, die Buche, die Ulme, haben alle ihre Heilkräfte. Und das ist das Schöne. Für mich ist es wirklich Wald tauchen. Ich gehe nicht baten im Wald, ich gehe tauchen. Weil ich möchte wirklich in die Tiefe abgehen und in die Geschichte der Pflanzen. Rein tief. Was hat die Pflanze für uns bedeutet vor 500 Jahren? Vor 1000 Jahren? Was war es in den griechischen Mythologien? Was war es irgendwie genau zum Beispiel bei den Eichen? Das war ganz krass, weil die Eichen, das waren eigentlich die Kirchen in den Wäldern. Und als dann die Römer, die Römer hatten zum Beispiel Angst vom Wald. Das ist ja noch spannend, oder? Wir sind ja so hier germanisch und heidnisch und keltisch und so. Und wie waren eigentlich die Waldvölker? Ursprünglich kommen wir alle aus dem Wald. Aber die Römer waren schon so weit, dass sie Angst hatten vom Wald. Und deshalb hatten dann die Römer, hatten dann angefangen, hat dann wirklich die älteste Gottheit der Heiden gefällt. Und es hat eigentlich geheissen, wenn man eine Eiche fällt, wird einem der Donnergott Donar bestrafen. Ja, und der hat das natürlich dann lachend gefällt. Und Donar hat sich nicht gerecht. Vielleicht irgendwie schon, aber anders. Und man hat dann aus dem, haben dann die, hat man dann, hat man dann Tempel gebaut. Später haben die Christen ganz bewusst, haben die dann die Eichen eigentlich, die Gottheiten gefällt. So, dass dann die Heiden in die Kirche kommen. Weil die Kirchen hat man im Wald gefällt, oder? Das ist einfach so. Es ist traurig, aber es ist, es ist ja, es gehört zu der Geschichte. Es gehört zu der Geschichte von uns. Und ich denke, es ist so, mit dem Waldtauchen gehen wir wirklich an die Wurzel der Pflanze und an die Wurzel von uns. Gehen wir an die Wurzel der Pflanze, gehen wir an die Wurzel von uns. Und das ist auch mit dem Waldtauchen, mit dem Wiesetauchen ist das einfach so. Es ist halt einfach wirklich die Geschichte der Pflanzen, ist die Geschichte von uns. Und das Wiesentauchen ist für mich ganz ein grosses Ding, wirklich so in die Wiese tauchen. Jetzt gehen wir mal da in die Wiese raus und teilweise, wenn sie ein bisschen exzessive Landwirtschaft betrieben wird, dann hat es mehr Gräser, weniger Kräuter. Es hat dann immer noch was. Aber dann so ein bisschen die mageren Wiesen findet. Ich meine, da kann man auf vier Quadratmeter kann man mit den Leuten eine Stunde Kräuterkunde machen. Da muss man gar nicht weit in die Wiese rauslaufen, sondern da findet man auf wenigen Quadratmetern eine unglaubliche Vielzahl von Pflanzen, die uns unterstützen und helfen. Und das ist dann das Wiesentauchen. Das mache ich auch sehr gerne. Finde ich schön, mit Leuten einfach auf die Wiese zu gehen. Und das mache ich am liebsten eigentlich so gegen Abend, wenn die Sonne nicht mal so heiß ist jetzt im Sommer, finde ich das was sehr Schönes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.